Hello again! Wir haben einen super kultigen, tollen neuen Artikel und das sind die Stashers. Die könnt ihr in ganz vielen verschiedenen Größen und Formen bekommen und das Besondere daran ist, das ist ein Platinsilikon, ist kein Kunststoff und deswegen sind die giftfrei. Die sind wiederverwendbar, ist also sehr nachhaltig und ihr könnt unendlich viel damit machen. Also ihr habt ganz viele Möglichkeiten von Kühlschrank über Gefrierschrank über Mikrowelle über Geschirrspüler. Könnt ihr die in den Kochtopf tun und könnt da drin Sous-Vis garen oder ganz normal garen, dann könnt ihr die vakuumieren. Dadurch halten eure Lebensmittel einfach viel länger frisch. Ob ihr einfach nur da drin Butterbrot im Kühlschrank vakuumiert oder einfach auch, ihr könnt auch einen Schluck Fleisch marinieren, nein, ein Stück Fleisch marinieren. Diese Verquatscher hier. Also Stashers, super tolles Material, Platinsilikon, das bedeutet, das ist im Prinzip eine Mischung aus Material Glas und dieses tatsächlich richtig Platin wird da einbeigefügt, um dieses Material so weich und so nachhaltig zu machen, sodass ihr die bis zu, ich glaube ich habe gelesen, 2000 Mal verwenden könnt. Ja, einfach im Handling, ihr zieht die zu und könnt die mit in die Tasche nehmen. Und mein Freund Mert sagt, man kann auch ganz toll da mit Stand-Up-Paddling machen und sein Handy da rein tun und dann könnt ihr nämlich durch das Silikon sogar die Tasten bedienen. Ist das nicht großartig? Guckt euch das nächste Video an, dann seht ihr nämlich, wie das im Kochtopf mit zum Beispiel Rührei aussehen kann.